Servus und willkommen bei Planeo. Ich heiße Björn und wir haben was ganz Tolles für euch. Und zwar geht es um die PV-Module hier. Wir werden immer wieder gefragt, wo ist denn da der Unterschied? Warum das eine kaufen und nicht das andere? Wir haben jetzt sehr viele Produkte in den Shop aufgenommen, die die sogenannte Sunsaver-Technologie haben. Und die wollen wir euch heute einmal vorstellen. Bleibt dran, es wird auf jeden Fall hochinteressant und für euch lohnt es sich richtig. So, Sunsaver-Technologie. Was genau bedeutet das? Es geht um die Leiterbahnen in der Zelle, die also die Energie transportieren, die elektrische Leitung. So, wir sehen das hier, diese Busbars, beziehungsweise die Leiterbahnen hier im Modul. Und die Sunsaver-Module, die wir anbieten, die haben eine etwas andere Gestaltung der Leiterbahn. Nämlich die ist abgerundet. Dieser Ribbon im Modul in der Zelle ist abgerundet, so nennt man diese Leiterbahn. Und die ist nicht flach. Und das bedeutet, dass mehr Energie innerhalb des Glases, innerhalb des PV-Moduls, reflektiert und gestreut wird und wieder zurück auf die Zelle reflektiert wird. Das bedeutet, das, guckt euch diese Fläche hier an, wie viel prozentuale Fläche Leiterbahn dort vorhanden ist. Und davon können wir eben deutlich mehr nutzen, die sonst bei herkömmlichen Modulen von anderen Herstellern durch eine flache Leiterbahn komplett verschattet ist. Denn bei einer flachen Leiterbahn würde das Licht einfallen und sofort wieder rausreflektiert werden in dem Bereich der Leiterbahn. Die Sunsaver-Technologie ist so herausragend, dass sie eben diese Modul-Effizienz nochmal deutlich steigern kann. Wir haben dazu hier, wir sind auf unserem Teststand, haben dazu einmal eine Grafik, die wir einblenden können von einem Morgen. Das ist jetzt von gestern Morgen hier, Ende Februar. Und man sieht an der roten Kurve, das ist ein Modul mit Sunsaver-Technologie. Und die orangene Linie ist ein Modul ohne diese Technologie. Und man sieht schon, dass tatsächlich dort 5 bis 10 Prozent mehr Leistung herausgeholt werden kann pro Modul. Und das über das ganze Jahr gerechnet ist natürlich wirklich herausragend. Also lasst euch von uns beraten. Wir haben viele verschiedene Module, die wir euch hier an die Hand geben können. Die Sunsaver-Technologie ist eben etwas, was euch garantiert, dass ihr noch mehr Ertrag aus eurer Mini-PV-Anlage, aus eurer großen PV-Anlage erlangen könnt. Wir wollen euch wirklich das beste Produkt an die Hand geben für einen Einsatz. Und gerade die Sunsaver-Technologie ist da wirklich herausragend. Also, kommt vorbei. Wir haben auch Muster da, die könnt ihr euch anschauen vor Ort. Ihr könnt euch beraten lassen. Ruft uns an. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Im Shop werdet ihr sehen, die Module, die die Sunsaver-Technologie haben, die werden explizit auch nochmal so ausgezeichnet und werden das dort auch sichtbar in der Artikelbeschreibung haben. Also, spart Energie, spart mehr Energie mit Sunsaver. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank.